Und da ist es ja der Führende der Punktewertung, im Augenblick ist es die 902 Heider Engelmann aus Wachelbusch. Aus seinem gelben Audi, der auch sofort in Führung geht. Da wird einer ein 3. Das ist der 3 bei den 021. Das ist kein Scharfenberg. Aber in Führung, da geht der Führende Heider Engelmann mit der 902. 922. Unterwegs war erst am Anfang Holf Kleefohren. Und dann Heinz Scharfenberg auch mit seinem Audi 50. Liegt ganz schnell unterwegs. Das ist die Stadt Nummer 903. Der neue zweite, Rainer Kruse. Erfolgt von der 919, Harry und Spahn. Dann kommt die 933, Jörg Klostermann. auf der Autos. Dann kommt er auch so. Ich hoffe auch, dass er nicht gut ist. So, hier kommt jetzt schon der Spitzenland. Der geht jetzt kürz und so weiter. Auch mit dabei die 031, Alexandra Müller, eine junge Lady, die hier mit ihrem Audi auch noch mit auf der Strecke ist. Aber vorne Heiner Henkelmann, der geht auf und da vorne schaut sie ja in eine Runde, hätte ich mal gesagt, eine Kuchenlänge. Vor dem zweiten Platz ist der 3, Rainer Kruse. Da gucken die Startpartner, der 19, Harry Hofmann, bevor ich von der 933, Jörg Klostermann. Das ist der erste Runde für die 032. Heiner Henkelmann. Der Runde für die 3, Rainer Kruse. Das ist der erste Runde für die 3,931. Die Strecke ist der 1,931. Der 1,931. Das ist der erste Runde für die 1,931. Das ist der 1,931. Heide Busch, Heider Engelmann gewinnt hier diesen Lauf. Zweiter Platz, Klasse 10, Antichtat von 9.3, Rainer Kruse. Gefolgt von der 919, Harry Hoffmann und Jörg Wüstermann. So im Augenblick der Zieleinlauf in den dritten Lauf. Der Klasse 9, Tuchelwagen über 14 Kubikzentimeter mit Allrad, über 18 Kubikzentimeter mit Zweirad. Untertitelung des ZDF, 2020